Musik So, 4 zu 1, eigentlich ein schönes Ergebnis, aber so ganz zufrieden schienen Sie und Ihre Mannschaft nicht zu sein. Ja, ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, der Gegner ist nicht schlecht und dann hat man immer so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ein Anschlusstreffer oder ähnliches passiert, da kann es halt relativ schnell gehen, wir hatten eine, sage ich mal, suboptimale Vorbereitung, von dem her ist man ein bisschen nervös, dann hat es gerade dahingehend, dass man halt, wenn man ein bisschen offen steht, dass man dann halt dann da ein bisschen nervös wird, aber im Großen und Ganzen war das eine feine Leistung dafür, das erste Spiel eigentlich auf dem Geläuf war auch nicht gerade einfach. Was haben Sie sich denn jetzt für den Rest der Saison noch vorgenommen? Ja gut, klar, bei der Ausgangsposition muss man davon reden, dass man oben dran bleibt oder vielleicht oben bleibt. Der Rückrundenstart oder beziehungsweise das Nachholspiel haben wir erfolgreich gestaltet, das war alle auch wichtig, jetzt haben wir ein gutes Polster, aber die ersten Spiele sind auch ein ziemlich schweres Programm, also klar, obendran bleiben ist natürlich Programm.